Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch heute ein herzliches Willkommen zum Treffpunkt Rathaus. Ich möchte Sie auch heute wieder über Entwicklungen in unserer schönen Stadt und in unserer Region informieren, auch wenn wir draußen vielleicht jetzt ein bisschen trübe Zeiten haben. Viele denken darüber nach, wie die Weltgeschichte sich verändert, wie in Amerika gewählt worden ist und dass auch unser Land vor Neuwahlen steht. Im Februar nächsten Jahres brauchen wir wieder viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die sich freiwillig melden, um am 23. Februar zu helfen, damit demokratisch in Gotha gewählt werden kann. Wenn Sie Lust darauf haben, sich zu engagieren für die Demokratie in unserer Stadt, in unserem Bundesland und in Deutschland, dann melden Sie sich bei unserem Wahlleiter hier im Rathaus. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Doch auch in Thüringen geht es darum, werden wir in Kürze eine eigene Landesregierung haben, die mit einer Mehrheit verhandelt. Gemeinsam mit Matthias Hay saß ich in den Koalitionsausschüssen und wir haben versucht, viele Punkte, die für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land wichtig sind, mit zu verhandeln. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein gutes Papier wird, was Thüringen in den nächsten Jahren voranbringt. Klar ist, wir haben alle weniger Geld, ob privat, ob in den öffentlichen Kassen der Städte und Gemeinden oder auch im Land. Und auch der Bund guckt einer schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung entgegen. Und trotzdem müssen wir positiv denken und in die Zukunft blicken. Die Zukunft liegt nicht in den Händen der anderen, sondern in unserer eigenen. Und dass wir uns in der Zukunft auch immer wieder auf Geschichte besinnen müssen, sehen Sie daran, dass ich Ihnen hier dieses Buch hingestellt habe, die Geschichte der Stadt Gotha. Unser Stadthistoriker Dr. Alexander Grünes hat dieses fast 1250-seitige Meisterwerk in den letzten Jahren verfasst. Die Geschichte unserer Stadt von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert ist die Geschichte ihrer Bürgerinnen und Bürger, ist die Geschichte von Frauen und Männern, die ihre Beiträge zur Entwicklung unserer Stadt gebracht haben. Wir werden diese Geschichte auch fortsetzen mit einem zweiten Band, der uns vom 19. Jahrhundert bis ins Jubiläumsjahr führen wird. Mit einer großen Veranstaltung am 25. Oktober in der Stadthalle Gotha haben wir vor 400 Gästen dieses Meisterwerk vorgestellt. Und viele hundert Exemplare sind schon verkauft, sodass Sie auch jetzt sich Ihr Ereignis exemplar sichern sollten. Denken Sie daran, Weihnachten muss man nicht nur Stollen essen aus Gotha oder schöne Thüringer Servalatswurst aus Gothaer Fleischereien, sondern wenn man gut gegessen hat und Thüringer Klöße und vielleicht Entenbraten verspeist hat, kann man danach lesen. Und dann kann man beim Wandern durch die Stadt wunderbar darüber diskutieren. Das Buch ist im Gotha Adeltladen für Sie erhältlich oder in jeder guten Buchhandlung. Wenn Sie vielleicht noch nicht das Geld haben, so eine große, dicke Geschichte zu kaufen, dann empfehle ich Ihnen im Gotha Adeltladen die kostenlose Broschüre damals, herausgegeben von der renommiertesten Geschichtszeitschrift unseres Landes. Und in dieser Broschüre finden Sie einiges zur Geschichte der Stadt und im neuen Stadtmagazin. Gucken Sie mal her. Wahnsinn. Auf so viele Seiten. Aktuelles aus Gotha. Auch das ist für Sie kostenlos erhältlich. Das haben die Gotha Betriebe und Unternehmen möglich gemacht, die gesagt haben, ja, unsere Stadt braucht ein solches Magazin. Wir wollen uns auch darstellen. Die Gothainnen und Gotha sollen wissen, dass man Energie beim eigenen Stadtwerk bucht, dass man natürlich für die Entsorgung einen Betrieb aus der Stadt Gotha bucht oder dass man seine Karten und Tickets natürlich in der Touristinformation in Gotha verkauft und die vielen Veranstaltungen besucht, die jetzt derzeit angeboten werden im Monat November und Dezember. Es ist nicht nur die wunderbare Thüringen-Philharmonie, die sie einlädt zu Veranstaltungen wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der Weihnachts- und Adventsklassiker, der natürlich 20 Mal im Fernsehen kommt, aber nirgendwo so schön gespielt und dargestellt werden wird, wie bei uns im Kulturhaus der Stadt. Denken Sie in diesen Tagen aber besonders auch an Menschen, die vielleicht in diesem Jahr, wo sich so vieles geändert hat, wo die Zeit so kalt gewesen ist, wo wir manchmal vielleicht auch verletzt haben, denken Sie an diese Menschen und sagen Sie ihnen, es tut mir leid. Einfach das Wörtchen Verzeihung kann manchmal viel bewegen und ich möchte Ihnen das auch jetzt schon empfehlen in einem Monat, wo wir im Gedenken sind, im Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt, im Gedenken an die Menschen, die in diesem Jahr verstorben sind. Und wenn wir gedenken, dann denke ich auch daran, dass wir immer wieder Zukunftsprojekte setzen. Und Zukunftsprojekte in unserer Stadt bedeutet, dass wir gerade jetzt drei Wälder anlässlich des Jubiläums gestiftet haben aus Spenden der Bürgerinnen und Bürger. Dass wir Bäume für Gotha gepflanzt haben, aus Spenden der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Fast 150.000 Euro. Insgesamt 148.380 Euro sind zusammengekommen, um Bäume hier im Stadtgebiet zu pflanzen. Eben habe ich am Mykoniusplatz erst diese Bäume mit den Spenderinnen und Spendern zusammen gepflanzt. Ja, das sind Zukunftsprojekte. Und manch einer regt sich immer noch auf, dass in Gotha die Weihnachtstannen so früh gestanden haben. Aber wann sollten wir denn Weihnachtstannen stellen, wenn wir mindestens drei Wochen brauchen, um den großartigen Weihnachtsmarkt aufzubauen? Wann sollten wir zum Beispiel Straßen bauen, wenn wir sie nicht sperren? Und jeder hat gemerkt von Ihnen, Puschkinallee und Ulleberstraße sind neu geworden. Was? Sie haben es noch gar nicht gemerkt. Mensch, da müssen Sie doch dringend mal drüber fahren. Also ganz schnell hin. Wir haben keine Fahrradstreifen anbringen können, wenn Sie die vermissen, weil die Linksabbiegerspur so breit ist. Aber auch da finden wir noch Lösungen. Natürlich engt uns die Enke-Straße ein, die nicht Enke-Straße heißt, weil sie eng ist, sondern weil dort gebaut wird und sie dem großen Astronom Johann Franz Enke gewidmet ist. Wir bauen in dieser Straße einen riesigen Kanal, der wichtig ist, um Gotha an das Kanalnetz anzuschließen. Und mit dem Blick nach Spanien sehen Sie, was passieren kann bei Großwetterlagen, wenn Kanäle Wasser nicht fassen können. Dann gibt es unwahrscheinliches Unglück für die Menschheit. Und wir in Gotha beugen vor. Glauben Sie uns, hier im Rathaus sitzen nicht Leute, die ihre Zeit nur rumbringen, damit der Tag umgeht, sondern wir denken visionär. Wir haben das Heute, das Morgen und die Zukunft im Blick. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle aber ein herzliches Dankeschön und einen Gruß sagen. Ein Gruß an unseren Ehrenbürger Dr. Edgar Janot. Dr. Edgar Janot ist in dieser Stadt vor 90 Jahren geboren und hat entschieden, egal wie es mir geht, gesundheitlich, ich feiere Geburtstag in meiner Heimatstadt. Er wird seinen Geburtstag am 17. November hier in Gotha feiern und wir danken ihm. Wir Gotharinnen und Gotha sind ihm zu größtem Dank verpflichtet. Er hat in den letzten Jahrzehnten Hunderttausende gespendet für den Wiederaufbau unserer Stadt. Die Orgel der Schlosskirche ist nur ein Beispiel, die Bürgerstiftung der Kulturstiftung Gotha ein zweites und natürlich der grandiose Wiederaufbau des Viktoria-Viertels oder der östlichen Altstadt in der Mönchelsstraße. Ich denke aber auch an die Förderung für den Handglockenchor oder für manches musikalische Projekt in unserer Stadt, die wir ihm ermöglicht haben. Und immer hat er gesagt, sprecht nicht darüber, dass ich geholfen habe, sondern macht. Das ist sein Credo. Wir gratulieren Dr. Edgar Janot ganz herzlich zu diesem wunderbaren 90. Geburtstag. Und wenn diese Büchse jetzt voll wäre, dann würde ich jetzt vielleicht auf sein Wohl anstoßen. Aber das ist eine Büchse, Sie sehen es, Sie ist geöffnet worden vor vielen Jahren. Ich will Sie aber trotzdem hochhalten, weil Sie vielleicht auch gemerkt haben, Paulana in Gotha füllt wieder Dosenbier ab. Dosenbier mit dem Namen und dem Brauort Gotha. Noch exportieren wir in den asiatischen Raum. Aber glauben Sie mir, zum Thüringentag im nächsten Jahr, an dessen Vorbereitung wir seit vielen, vielen Tagen, Wochen, Monaten arbeiten, werden wir ein neues Bier produzieren, was Brauerinnen und Brauer aus der Stadt Gotha produziert haben. In diesem Sinne war es das für heute aus Ihrem Treffpunkt Gotha. Bleiben Sie gesund und machen Sie es, Knut!